Schau mal, jetzt steht die schon wieder beim Chef. Ja, kannst du richtig so die Schleimspur sehen, oder? Boah, die sieht aus wie eine Presswurst in der Pille, echt. Kommt sie bei unserem Chef aber nicht, weil der ist ja vegan. Verstehst du? Oh, das Buffet ist ja auch mal wieder sparsam, aber den dritten Tesla fahren, ne? Tesla ist scheiße, echt, da brennst du mit Tuck durch, verstehst? Oh, hast du schon gehört, dass die Susanne von Freddy... Oh Gott, da haben sich aber zwei gefunden, oder? Das Kind, das wird bestimmt so eine richtige Öko-Nerven-Säge. Boah, wenn die morgens ihre Tupperdose öffnet, da fällst du fast um. Das stinkt dermaßen nach Radieschen-Pups. TMI, liebe Säge, too much information. Oh, Achtung, sie kommt. Hi, Susanne. Gut siehst du aus. Ja, so irgendwie... Rosig. Ja. Und, wann machst du Urlaub? Der Alexander, der hat mir ein Wellness-Wochenende auf Sylt geschenkt. Ah, Sylt, echt, schön. Da war ich letztes Jahr mit Nils. Hat die ganze Zeit durchgeregnet. Aber war wirklich schön. Ach ja. Ja. Ey, lass uns mal zu Kerstin rüber. Ich muss unbedingt wissen, ob die jetzt mit Markus Schluss gemacht hat. Haha. Ja. 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 Ja.